Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, uns sind grüßlich geherzt hier im Scream-Ride-Let's-Play Teil 15 mittlerweile. Ja, und zwar, wir haben uns letztens gut durchgeklöppelt hier bei Belduraren Larku. Und jetzt sind wir in der vierten Serie. Und da gucken wir gleich mal, was wir machen können. Hangar-Chaos. Keine Ahnung, aber machen wir. Ja, mittlerweile läuft es ganz gut hier. Mal schauen, wie lange. Das weiß man ja nie. Ui. Dann schenken Sie ihr einen besonderen Scream-Ride-Gutschein. Medizinische Voruntersuchung notwendig. Es gelten besonders... Dir wurde eine Kabine mit verbesserten Abprall-Eigenschaften zur Verfügung gestellt. Dies wird die dynamische Flugbahn der Kabine beeinflussen. Okay, super. Ja, dann machen wir mal. Eieiei, das sieht schon wieder so kompliziert aus. Aber ich gucke, was ich machen kann. So, geben wir mal Gas hier. Die sollen auch richtig schön reiern hier drin. Haha. So. Ah. Nein, das war nix. Hi, der Witzker. Ach, machen wir nochmal neu. Ja, bitte. So, noch einmal. Auf das Neue. Haha. Wie schön die schreien. Nein, 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 nein. Ach man, jetzt habe ich da total verpasst hier. Oder? Wird das was? Ja, Leute, das könnte was werden sogar. Super. Schön. Gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Aha. Und. Hopp. Ja, das könnte was werden. Oder? Sicher bin ich mir nicht. Weil das weiß man ja nie so, ne? Ach nee. War doch nix. Schade, schade, Marmelade. Okay. Okay. Ah, der da wieder zu fest, Mensch. Ja. Könnte was werden. Außer der wilde Schaden. Irgendwie will das nicht so. Na ja, gucken wir mal nochmal, was wir machen können. So, noch ein bisschen hier. Ja, gut. Ja, 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 schön. Das könnte gut werden. Ja, der kam super. Boah. Instabilität wird angezeigt. Haha. Schön. So mag ich dat. Okay, jetzt haben wir diese Dreifachkapsel. Die soll doch richtig schön alles gut machen. Schauen wir mal. Und Schuss. Ja. Ein angeblicher Ultraschaden. Aber der Debit nicht. Der Ding steht ja immer noch. Oh, Mann, 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 Mann. Alles nicht so einfach. Sehr heikel. Echt. Ich glaub mir das, Leute. Nein, 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 das war nix. Ah. Ah. Ja, der Töne und gut. Aber, aber, was mach ich denn da? Ja, schau mal, wird da, 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 und. Ja, irgendwas ist geworden, glaub ich, ne? Oder nicht? Ah. Schauen wir mal. Ja. Ja. Nein. Um einen Meter daneben, das hier wird doch nicht, Mensch. Ah, das ist ja sehr ärgerlich. echt leute so macht er natürlich wenig spaß sehr heikel glaubt mir das leute nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut noch mal das war gar nichts ja bitte unbedingt mensch ich hab mir das ganze sehr sehr anders vorgestellt so noch mal so hier könnte wird werden vielleicht oder ja ja jetzt sogar richtig gut ne ach nee doch nicht oh man ja nein auch schade mensch irgendwie läuft das heute gar nicht gut mensch und noch 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 da ja oder das gibt es doch nicht das ding steht ja immer noch das ist auch gar kein schaden das ist ein witz mensch bei der witz vier meter daneben dann die wird doch nicht mensch außerhalb der umlaufbahn mittlerweile aber könnte gut kommen ich glaube ich spinne das ding steht ja immer noch meine juta heidewitzko ja strike das war jetzt schön so soll das sein oder kippte zum oder nicht hier ja aber ja 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 Hopp! Ja! Zerstörungslevel kritisch. Boah krass! So mag ich das! Jawoll! Schön! Und weiter geht's! Oh nein, nein, nein! Ah! Das war nix! Das war Kokolores! Hopp! Ah! Ja, wieder nichts! Das gibt's doch gar nicht, Mensch! Was mach ich denn da? Abgeschlossen! Fahrgäste, genießen Sie das Bad, bis der Sammeldienst eintrifft! Oh Mann! Ah! Das war nix, Mensch! Na gut, Leute! Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Cut! Und sehen uns hoffentlich bald wieder! Wenn euch meine Videos gefallen, dann bitte ich euch immer mich schön abonnieren und Glöckchen drücken! Denn dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich was Neues für euch hochgeladen habe! Und tut mir einen Gefallen! Bleibt anständig und vor allem sauber! Oh! Das heißt doch bitte den Bauchnabel waschen! Ja! Gut, danke! Bis bald! Tschö! Papa! 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 Papa!